Willkommen zurück zu The Witcher 3. Heute in einer kleinen Special Edition genannt. Die Voice Edition. Mal gucken wie lange das so bleibt. Aber das soll sich wahrscheinlich demnächst auch legen, dass die Stimme wieder normal klingt. Aber heute und aktuell erstmal schön in der Deep Voice Edition. Wir sind gerade auf dem Weg, das Grab des Ehemanns, dieser alten Frau zu finden. Oh, welches ist es nur? Welches ist es nur? Wir nehmen das hier. Mit der Leiche. Du bist es, nicht wahr? Nein. Accessible. Activated. Da. Ist es nicht. Hm. Was könnte denn das Grab sein? Da ist es doch. Jetzt haben wir es doch gefunden. Sehr schön. Das muss Jakamas Grab sein. Komm, leg's dir. So, das war das. Sehr schön. Hm, haben wir es geschafft. Ein Erfahrungspunkt. Ein Traum. Ach. Nee, oder? Ich hätte nicht gedacht, dass der, äh, ja. Der Wanderer? Weideler. Der Weideler war es. Genau, der Weideler. Habe ich überhaupt nicht dran gedacht, dass der da auch ist. Komm, da hat total... Hey, Lassie. Ja, da kam ich... Lassie, nicht? Ich will mit deiner Großmutter reden. Mit meiner... Aber die ist seit Jahren tot. What? Ich hab wohl mit einem Geist gesprochen. Warum wurde sie nicht bei ihrem Mann begraben? Weiß ich nicht genau. Ich war noch klein. Mama meinte, dass Oma kurz vor ihrem Tod erfahren hat, dass Opa fremdgegangen war. Sie wollte nicht neben ihm liegen. Sie hat es sich wohl anders überlegt. Sie wollte, dass etwas sie und ihren Mann im Jenseits verbindet. Hat mich um Hilfe gebeten. Kaum zu glauben. Andererseits siehst du ehrlich aus. Wenn du Oma geholfen hast, hast du eine Belohnung verdient. Hier. Viel ist es nicht. Aber ich fürchte, es muss reichen. Was willst du? Weiß der blutige Baron, dass du hier bist? Äh, ist ein alter Kollege von mir. Ich muss ehrlich sagen, ich hätte auch jetzt nichts von ihr genommen. Ich weiß nicht, den Auftrag umzugeben. Das war ja der Geist. Den müssen wir verfolgen. Ha, 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 ha. Nee. Schauen wir mal, was wir füllen. Ach, schade, haben wir nichts hier. Neues. Ja. Wissen wir. Kommt doch nicht immer wieder. Mann. Schlimm. So, ähm. Ja, warte. Ach, genau. Quests. Nee. Mehr Interesse. Könnten wir machen. Aber will ich irgendwie noch nicht. Nebenquests. Was haben wir denn hier? Ich fange Bock auf Quint. Aber nein. Ich glaube, wir sollten wieder, äh, zurück nach Novigrad. Ich hab so das Gefühl, dass wir uns mal haben. Das hab ich aufgeschrieben. Die Huren Novigrad angucken sollen. Hahaha. Schatz suchen, ist da irgendwas drin? Oh. Könnten. Aber die ist, glaube ich, relativ hart noch. Da warten wir noch ein Level oder so. Empfohlene Stufe der Reize. Im Großen und Ganzen. Wir haben eigentlich keine Quests, muss ich gerade sagen. Erstaunlich. Das hab ich jetzt nicht, äh, erwartet. Aber. Wir wollten noch zum Wahrsager, ne? Hatten wir da auch ne, ne? Hatten wir da nicht ne Quest? Ja, genau. Besuch den Wahrsager. Äh, dann lass uns das doch mal machen. Wahrsager. Wir kommen, mein Lieber. Werden Sorge, ich hab nichts vergessen, wo wir noch hinwollten, überall. Das ist alles aufgeschrieben. Oder war der Wahrsager nochmal? Die müssen wir auch nochmal abkrasen, die vier. Fünf. Ach du Scheiße. Wo war denn der Wahrsager? Boah, sechste. Und noch was. Da ist der Wahrsager. Okay. Da müssen wir auch nochmal hin. Ochsenfurt. Was hab ich da? Genau. Südlich von Ochsenfurt sind die Artefakte. Entweder denn hier. Oder vielleicht sogar hier. Ne? Das ist ja so südlich von Ochsenfurt. Ähm. Genau. Ja gut. Da würde ich sagen, rennen wir mal zum... Ach, sind wir schon da? Wahnsinn. Ging ja schneller als erwartet. So, nochmal auskrollen. Da. Rücker anwesen. Und dann reiten wir mal durch. Da geht. Ne. Dann entdecken wir ein paar. Vor allem ja Fragezeichen da auf. Und können irgendwann einfach mal so durchgrasen. Aber wir können ja uns auch mal angucken. Was da so passiert bei diesen kleinen Fragezeichen. Ich sehe auch gerade. Ich hab mir überhaupt keinen Timer gestellt. Das kann man mal machen. Ähm. Während der Ladescreen hier ist. Moment. Moment. Wie viele Minuten haben wir jetzt schon aufgenommen? Wir haben die... Ah ja. Starten wir fast schon. So. Was ist jetzt welcher Punkt? Wir gucken nach unten. Toll. Ist das jetzt richtig? Ja. Also das ist unser Punkt. Da wollen wir hin. Plätze noch zur Hand. Ey Plätze. Nochmal friendly. Bei trendy friendly. Hier geht's auch viel viel schneller. Gab schon. Ich hab gesagt viel viel schneller. Moinster Mist. Nein. Nein. Woah. Alter, diese Flücher, ne? Die sind so nervig, die haben rumgehöppe, warum hat sie sich unsere Energie so langsam aufgeladen? Das ist ja nicht möglich, oder? Ich glaube wir haben, wir müssen den Ring nochmal hinlegen, wieder hinreiten, hmmm. Es ist schon krass mit so vielen, gleichzeitig. Ach ne, wir haben gespeichert, krass, wusste ich gar nicht, cool, da habe ich jetzt überhaupt nicht dran gedacht, dass das hier so ordnungsgemäß ohne Probleme speichert, kommt mir jetzt so. Biest, was bist du jetzt da hinten, Lötze? Klinge ziehen, wir wissen, da ist das Nest. Gehen wir ein bisschen weg, holen einen Anlauf, vielleicht vertreffen wir dann besser. Ja, sehr schön. Wir versuchen es jetzt ein bisschen einfacher zu machen. Oh, oh, Blötze wirf uns nicht ab. Alter, wieso bremst du denn? Was geht denn hier bitte? Die sind so schnell, die Viecher, die sind so fucking schnell. Wieso bremst, Blötze, wenn wir, sei se, in Axie wirken wollen? Ich verstehe es nicht. Das ist doch Quatsch. Können wir doch im wilden Galopp, oh, stecken wir das Schwert weg, halten uns fest und man... Aber nein, er bremst. Sehr komisch. Ja, ja, danke. Ich liebe diese Hinweise, wenn die da stehen. Genau das machen wir. Aber, äh, unser Pferd will nicht so, wie wir wollen. Alter, aussteigen, Geralt. Komm schon. Ernsthaft? Eindeutig ein Punkt, wo man nicht auf Blötze aufsteigen kann. Oh, einen hängt da. So, jetzt warte, ich speichere mal hier, so. Ich gebe gerade auf den Senkel. Wieso hat er denn das Schwert weggesteckt? Oh, schön, einer ist weg. Nee, das klingt jetzt gerade nicht. So, jetzt nochmal einen ansturm. Ach, da oben sind sie. Da unten. Da unten. Zwischen. Ah, Blötze. Boah. 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 Gerald, du musst die andere Seite nehmen. Meint ihr, da kommt noch mehr raus, oder? Dann steige ich damit jetzt einfach ab. Woah! 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 Okay. Schnell, 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 schnell! Verstören! Zerstören! Woah! Alter! Woah! Was? Eine Aktion! Krasse Scheiße! Hahaha! Puh! Ah, vielleicht können wir jetzt ein neues Mutagen bauen. Das wäre eigentlich ganz fun. Wo ist denn Braun? Alchemie? Ja! Ja! Mit... Ist okay! Ne? 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 Ja! Wahnsinn! Ne! Ne! K. Was haben wir hier drin? Ein großes Blaues! Schade! Gorgomutagenen. Brauchen wir eigentlich nicht. Wir haben so viele verschiedene Grüne gerade. Die uns alle nichts bringen. Können alle verticken einfach mal. Weil die bringen eigentlich nur Mutagenen an sich was. Also so große, kleine und sowas. Die auch nach Farm benannt sind. Ordentlich wie sowas. Erscheinungsmutagenen. Die bringen im Großen und Ganzen nichts. Die bringen nur was, falls man noch nicht so ein Mutagenen hat. Oh, bevor wir jetzt aber weiterreiten. Was ich gerade so sehe. Was ihm auch aufgefallen ist. Mitten im Kampf natürlich. Dass unsere Schwalbe leer war. Ja, war nicht so geil. Alles aufgefüllt. Necker. Das ist bestimmt der nächste Punkt, oder? Ja, natürlich. Als ob das noch so ein Mist. Natürlich. Noch ein Monsternest. Das ist nicht euer Ernst, oder? Och, Geralt. Ein Vieh weg. Ich dachte, ich könnte ihn anlocken. Das wäre vielleicht ganz cool gewesen. Ich bin ein Vieh weg. Ich mach die ganz verrückt, seht ihr das? Hahaha, das ist eine Questbegrenzung Können sie nicht zu mir Haaa, er lebt Los, lasst mich looten, dankeschön Ich glaub da lebt noch bestimmt was Ich hab so das Gefühl, das war noch nicht alles Und kleines Grünes Verdammt, ist das echt nicht Verdammt, bist du scheiße Ich mag diese Neckar, die sind so Nervig, die sind einfach schnell Und kräftig Die Neckar tauchen hier auf Sie graben sich raus Und tauchen in Massen auf Das ist echt nicht angenehm So Äh, bleibt zurück, komm mal ja Wo ist er denn hier? Verlassen, bitte Ich speichere mal kurz Eine verlassene Hütte Interessant Ist hier was zu finden? Ist auf die Tür? Ne, sieht nicht so aus Einfach nur eine verlassene Hütte Außer da hinten dran ist natürlich was Was geheim ist? Ne, natürlich nicht Gut Jo, einfach nur eine Hütte Wo haben wir eigentlich So Da müssen wir Oh, das ist jetzt ein Scherz, oder? Ich sehe das jetzt gerade mal als Scherz an Dass hier noch ein Neckarnest ist Really? Komm Die Neckar tauchen hier auf 50 neue kommen Kommt das weg Hahaha Hahaha! Komm du Vieh Das Netz ist weg hier nixens Also ich muss sagen, wir werden fixer, muss ich glaube ich irgendwie mit dem Gameplay wieder Ich komme wieder rein Und ich würde sagen, nach drei Monsternestern Ich wollte eigentlich dieses Fassgrad hochladen Aber meine Range hat nicht gereicht Verdammte Hacke Ist hier super gekommen, glaube ich Jetzt wird die schön, schön vernichtet Oh, hier ist echt viel drin, muss ich sagen Cool Und stürzt der Wagen Ja Hat sich doch gelohnt Und ich glaube, es wird dann auch schon Zeit Für eine kleine, volle Pause Bis morgen Ciao 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 Ciao